Wir sind heute am Circuito de Andalusia und testen die Insta360 ONE X2. Und ich denke, diese Kulisse hier auf einem 1000 Kubik Motorrad, um genau zu sein auf der Yamaha R1, bietet sich perfekt an, um diese Kamera mal auf Herz und Nieren zu testen. Schaut euch die Onboard Aufnahmen an und stimmt ab, ob euch das gefällt. ? ? ? ? ? Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020